Hallo aus der Hauptkirche St. Petri von euren Kantoren Thomas und Lukas. Wir möchten die Situation und die Chance nutzen, euch Danke zu sagen, dass ihr so fleißig teilgenommen habt an den musikalischen Grüßen, die wir produziert haben zu den letzten Sonntagen und zu den letzten Hochfesten in dieser doch für uns alle so schwierigen Zeit. Jetzt, wo die Gottesdienste wieder leicht geöffnet sind und wir in Petri auch wieder mit Gemeinde vor Ort feiern können, wollen wir zumindest die Übertragung dieser musikalischen Grüße erst einmal aussetzen und senden den letzten musikalischen Gruß zum Pfingstfest. Ja, wir hoffen, dass viele von euch wieder in die Kirche kommen können, um die Orgel live zu hören und um auch die Stimmen aus St. Petri live zu hören, denn wir werden mit solistischen Besetzungen aus dem Hamburger Bachchor künftig auch wieder den Eingangspsalm singen können. Nicht versäumen wollen wir an dieser Stelle Danke zu sagen, vor allen Dingen an unser Technik-Team. Das sind einmal Matthias, der da hinter uns steht, und Markus, der gerade die Kamera hält, denn das haben sie ganz wunderbar gemacht in diesen letzten Wochen. Was wären wir beiden Musiker ohne die große technische Expertise unserer Kollegen. Das war ganz großartig. Vielen Dank dafür und bis bald. Das war ganz großartig. 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 Das war ganz großartig.